Kapitel 46, nur ein Stück von dir. Musste das wirklich alles niederschreiben? Ist es wirklich so wichtig, dass es nicht bis morgen warten kann? Fragte sie und sah ihn vom Bett aus an. Natürlich wusste sie, dass das, was er niederschrieb, wichtig war. Und sie wusste auch, dass niemand ihm sagen konnte, dass er morgen noch die Kraft besitzen würde, irgendwas niederzuschreiben. Trotzdem musste sie es offensichtlich dennoch fragen. Vielleicht wollte sie auch einfach nicht aussprechen, dass er aufhören konnte, dass es keine Rolle mehr spielte, aus Selbstsucht vielleicht, vielleicht aber auch einfach nur ihm zuliebe. Draco richtete sich auf und sah sie von seinem Platz am Tisch, an dem er bereits seit Stunden saß, an. Zuvor hatte er stundenlang Namen und Listen überarbeitet und war einige Hinweise durchgegangen, die Winters Potter hatte für die vorkommenden Wochen liefern können. Allerdings war Draco währenddessen aufgefallen, dass er die meisten Namen auf diesen nicht kannte. Eben für so wenig sagte ihm die Hinweise so viel, wie es notwendig gewesen wäre, um sich wirklich einen Reim daraus zu machen zu können. Ob diese nur nützlich sein würden oder nicht. Oder um Fragen beantworten zu können, ob man Winters wirklich trauen konnte oder nicht. Es war einfach zu lange her, dass er ein Teil seiner Reihen gewesen war, um die Frage grundsätzlich beantworten zu können. Natürlich konnten sie das nicht. Es war offensichtlich und trotzdem würden sie ihm trauen. So wenig wie möglich und so weit wie nötig. Er hatte es bereits ausführlich mit Potter besprochen, als er sich noch eingeredet hatte, dass er genug Zeit hatte. Für was auch immer. Sechs Monate. Sie hatten ihm fast sechs Monate anstatt sechs Wochen gegeben und danach fühlte es sich gerade so an, als hätte er jede einzelne Minute verschwendet. Nicht ganz, nicht nur hier, dachte er, während er sie ansah. Aber irgendwie hatte er das doch. Hatte sich auf etwas eingelassen, das nicht nur vergeudet gewesen war, sondern auch tiefe Wunden hinterlassen würde. Und nun rannte seine Zeit, schien ihm wie Sand durch seine Finger zu rennen. Abgeschottet in dieser Hütte war sie ihm entglitten und er hatte es verdrängen können, bis die Corona angefangen hatte, sich abzubauen. Es war wie ein Countdown gewesen, der nun von einem rückwärts lief, ohne dass sie ihn aufhalten oder verlangsamen konnten. Er nahm den Trank nicht mehr, der die Prozedur verlangsamte. Granger war entsetzlich unsicher gewesen, aber sie fürchtete, dass er etwas verlangsamen würde, was er nicht verlangsamen konnte. Er blickte frustriert auf das Pergament hinab. Das hier war alles, was er ihnen noch bieten konnte. Das hier war ein nutzloses Vermächtnis. Kann es bis morgen warten? Fragte sie also. Sag du es mir. Du hast heute dreimal meine Werte überprüft. Sie seufzte und rieß ihre Beine aus dem Bett gleiten. Ich weiß, sagte sie, und es lag etwas Gereiztes in ihrer Stimme. Aber sie sah ihn an, während sie neben dem Bettende zum Stehen kam, und da lag etwas Flehendes in ihrem Blick. Dir geht es nicht gut, und ich will nicht einfach hier liegen und dir dabei zusehen, wie du stundenlang Worte, Zahlen, Koordinaten und mehr auf diese Blätter kritzelst. Ja, das wusste er. Sie hatte es bisher zwar nicht ausgesprochen, er hatte es aber bereits geahnt. Etwa gestern, als sie sich... Es sah sie an. Sie würde es wohl geliebt hatten nennen. Natürlich hatte er es auch gewollt, aber in erster Linie hatte er es für sie getan, weil sie seine Nähe momentan stärker suchte als sonst, was er nicht verüben konnte. Doch es fühlte sich merkwürdig an, alles andere als befriedigend und fremd, denn jedes Mal, wenn sie es taten, konnte es das letzte Mal sein. Er machte diesen Gedanken ertragen können, sie konnte es aber ganz offensichtlich nicht. Was möchtest du tun? Fragte er trotzdem. Ich versuche nur... Er sah frustriert auf das Pergament hinab, das im Zweifelsfall eh nutzlos war. Ich versuche nur zu tun, was ich noch kann. Das hast du bereits, seit Monaten, sagte sie leise. Du bist... Wir haben nichts erreicht. Zerstör und rieb sich die Schläfen. Ja, sie sind geschwächt und der dunkle Ort ist wahrscheinlich sehr frustriert. Aber nicht wegen uns, sondern weil diese Dinger ihm sein Treffen sprengen und die besten Leute nehmen. Ranger ließ sich neben ihm auf den zweiten Stuhl, der vom Tisch stand, nieder. Du wusstest, dass dir nicht die Zeit bleiben würde, um zu sehen, wie es endet. Du wusstest, dass du uns nur auf den richtigen Weg bringen können würdest. Sie klang klar und doch resigniert. Draco schluckte und lehnte sich zurück. Natürlich hatte sie recht, traf es mit jedem einzelnen Wort genau auf den Punkt. Es ging zu schnell. Er brauchte mehr Zeit. Mehr Zeit, die er verdammt noch mal nicht hatte. Er starrte an die Decke, biss sich auf die Lippen und kämpfte gegen den Schleier an, der sich allen Ernstes auf seine verdammten Augen zu legen versuchte. Doch unter keinen verdammten Umständen dieser Welt würde er zulassen, würde die Verzweiflung, die ihn gerade hinterrücks Niederrang, siegen lassen. Also atmete er ein paar Mal ruhig ein und wieder aus, sammelte sich, während er starr gegen Decke blickte. Was denkst du? fragte sie überflüssigerweise. Zum gefühltausendsten Mal in den vergangenen drei Tagen. Ich weiß es nicht, sagte er ebenfalls. zum tausendsten Mal und schluckte erneut. Das ist eine Lüge, sagte sie. Das sagte sie zum ersten Mal. Er seifzte. Ja, das mochte stimmen. Da war vieles, das ihm durch den Kopf ging. Seit er gesehen hatte, dass die Corona seine Augen eingenommen hatte und wieder begann zu zerfallen. Seitdem er nicht mehr wusste, ob er am nächsten Morgen wieder erwachen würde, wenn er zu Bett ging. Anders als erwartet waren es aber nicht die Dinge, die er getan hatte, die ihm plötzlich durch den Kopf schossen. unaufhörlich und nicht immer konnte er sie beiseite drängen. Und es war auch gar nicht der Gedanke, einzuschlafen und zu sterben. Es war die Ungewissheit, ob sie gewinnen oder verlieren würden. Ob auch nur eine seiner Hinweise ihren letzten Endes wenigstens einen kleinen Vorteil verschafft habe. Es war aber auch die Ungewissheit, was passieren würde, wenn er einschlief. Die Möglichkeit, einfach zu sterben, war dabei, die ihm am wenigsten Sorgen bereitete. Vielmehr zerbrach es sich den Kopf, was passieren würde, wenn das nicht der Fall war. Wird er wirklich alle Erinnerungen an das hier verlieren? An sich? An sein Leben? Er sah Granger an. Oder würde er eventuell in einer blutrünstigen Fahr seiner selbst gefangen sein? Würde sehen und spüren, was passiert, aber wäre nicht mehr in der Lage einzugreifen? Fragen über Fragen, auf die es keine Antwort gab. So oder so, wollte er jedoch nicht mit ihr darüber sprechen. Ein Blick in ihr verzweifeltes, erleichtertes Gesicht, wenn er am Morgen wieder neben ihr erwachte, genügt, um zu wissen, dass es ihr mindestens ebenso ging wie ihm. Wahrscheinlich waren die Fragen, diese plagten aber auch weitaus belastender, nagender, schmerzhafter, schlimmer, um es lapidar zu sagen. Sie war immerhin diejenige, die zurückblieb, die noch stärkere Bücher wälzte und den ganzen Tag damit verbrachte, den Keller in ein Krankenzimmer umzurüsten. Mit allerlei Mitteln und Dingen, sowohl aus der Mogel als auch der Magiermedizin. Sie verbrachte Stunden in diesem verdammten Keller, obwohl es sie quälte, auch nur in seiner Nähe zu gehen. Ich, ich, ich will mit dir fortfahren, ich will hier raus, sei es auch nur für einen Tag, sagte sie, abermals, sah ihn flehend an. Dafür ist es zu spät, entgegnete er. Es könnte mich jederzeit übermannen. Das ist mir bewusst, beharrte sie und rutschte näher an ihn heran. Ich weiß, was dann zu tun wäre. Er seufzte und sah sie eindringlich an. Du willst wirklich allein sein, wenn es passiert. Ich habe keine Angst vor dir, antwortete sie und obwohl sie recht gefasst wirkte, wusste er, dass es wenigstens eine halbe Lüge war, die er über die Lippen kam. Darum ging es ihm jedoch nicht. Es ging ihm nicht darum, dass er fürchtete, sie würde ihm als untoten Schoß und eventuell nicht Herr werden. Sie war gut und sie kannte diese Dinge zu einem Ergerade wurde eindeutig besser als jeder andere hier. Es ging ihm eher darum, dass er nicht sicher war, ob sie alleine sein wollte, wenn es passierte, wenn er tatsächlich nicht mehr erwachte oder eben doch. Als was auch immer, nur nicht mehr als er selbst und das versuchte er wortlos zu sagen. Einen Augenblick sah sie ihn einfach nur an, beinahe etwas wütend, weil er es wagte, es unausgesprochen anzusprechen. Ich schaffe das, wisperte sie dann unfassbar leise, so als er wollte sie selbst nicht hören, dass sie es wagte, darüber zu sprechen. Da war er sich zugegeben nicht so sicher. Sie war stark, wahrscheinlich eine der stärksten Frauen, die er kannte. Dennoch bezweifelte er, dass sie stark genug war. Er hoffte jedoch, dass er sich irrte. Lass uns fortfahren, Malfoy. Sei es auch nur für ein paar Stunden, vielleicht eins mehr, sagte sie erneut und wurde sich offensichtlich erst jetzt bewusst, dass sie die Sonne nicht mehr wirklich vertrug. Oder auch nicht, fügte sie also leise hinzu. Egal wohin, nur lass uns irgendwo hinfahren, nur du und ich. Sie sah ihn an, mit großen Augen. Es war offensichtlich, dass es sie beinahe schmerzte. Sie wollte das klägliche und letzte bisschen Zeit, das er noch hatte, nicht hier verbringen, zwischen Pergament, das er wahrscheinlich nicht mehr fertigstellen würde und das wahrscheinlich eh nutzlos wäre. Also nickte er, ließ es zu. Das konnte er noch geben. Wahrscheinlich war es das Mindeste, das er für sie tun konnte. Ohne sie wäre er wahrscheinlich schon lange tot und sie hat ihm etwas mit auf den Weg gegeben. Etwas, für das er dankbar war, aber das er nicht näher zerlegen und erläutern wollte. Auch nicht in Gedanken. Dafür war es ebenfalls zu spät. Das war es grundlegend schon immer gewesen. Was willst du tun? fragte sie enthusiastisch. Wo willst du hin? Der Gedanke, dass sie etwas anderes tun konnte, als seinen Tod zu planen, schien ihr so etwas Absurdes wie Zuversicht zu gönnen. Doch sollte sie haben. Sie hatte es sich wohl verdient. Er zockte mit den Schultern. Es ist mir egal. Was immer du willst. Wohin auch immer du willst. Sackte er leise und hochte in sich. Es ging ihm gut. Die Frage war, wie lange noch. Er hoffte jedoch, dass es so lange anhalten würde. Wenigstens, bis sie wieder zurück waren. Gut, ich, sagte sie, brach aber mitten im Satz ab. Ich werde mir etwas überlegen. Draco nickte und schob das Pergament von sich. Dann richtete er sich unter der sichtlich verwirrten Argus Augen auf und kam vor ihr zum Stehen. Mit einem Grinsen umfasste ihre Handgelenke in den vergangenen zwei Tagen. Er verdrängte den Gedanken daran, was das wahrscheinlich begleudete und zog sie noch enger an sich, küßte sie. Erst sanft, dann etwas stürmischer. Lies sie mit der Zunge in seinen Mund einringen, obwohl ihn dabei nicht behagte. Seine Fänge wiegen, die er nach wie vor nicht immer unter Kontrolle hatte. Also ließ er einige Augenblicke, als sie beide allerdings bereit atemlos und somit angenehm benebelt im Kopf waren, von ihr ab und zog sie mit sich zum Bett, wo sie sich Zeit ließen, versucht zu verdrängen, während sie sich fast schon lächerlich sanft in den Laken wälzten. Jedoch lag auch heute ein Schleier über dieser Nacht. Dieser Nacht, die die letzte sein konnte. Als er am nächsten Morgen erwachte, war er durstig. Sehr durstig. Und da Granger neben ihm tief und fest schlief und ihn ausnahmsweise nicht mit traurigen Augen beim Schlafen zusah, schwang er sich langsam aus dem Bett und zog sich etwas über. Er begutachtete den Bergpargament, entschied sich dafür, ihn später mit weiteren Informationen zu füllen, jedenfalls solange man ihn nicht anderweitig brauchte oder Granger mit ihren Reiseplänen beschäftigt war. Er versuchte, so viele halbwegs wichtige Dinge aus seinem Kopf auf das Papier zu bekommen, wie es ihm noch möglich war. Er machte einen Abstecher in das Barhandlungszimmer, in dem Granger einige Konserven, frische oder auch unbearbeitetes Blut für ihn auch bewahrte. Er schloss die Tür, bevor er sich daran machte, den nächsten Drink zu nehmen. Hierbei war er lieber allein, aus den verschiedensten Gründen. Zum einen, weil er nicht dabei gesehen werden und zum anderen aber auch, weil es offensichtlich war, dass sie ihn dabei ebenso wenig sehen wollten. Mit viel zu geübten Handgriffen öffnete er den erstbesten Beutel, den er aus dem merkwürdigen Kühlgerät der Mogel hervorgezogen hatte und leerte etwa des Inhalts in einem Becher, den Granger ihm für genau dieses Vorhaben bereitgestellt hatte. Direkt nach dem ersten Schluck spürte er, wie sein Körper sich beruhigte, wie sein Herz scheinbar wieder in einen ruhigeren Takt zu schlagen schien und das Rauschen hinter seinen Schläfen nachzulassen, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Arbeitsplatte, zwang sich langsam zu trinken, ignorierte, dass der metallische Geschmack, der sich auf seine Zunge legte, ganz und gar keinen Ekel mehr in ihm auslöste, ignorierte das Tier in ihm, das ein Gefühl durch seinen Körper jagte, das selbst ein Orgasmusblass aussehen ließ. Er wurde hart, ein wenig, aber es war dennoch ein Armutszeugnis. Es würde ihn zum Lachen bringen, wäre es nicht so ersetzlich erbärmlich. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Klarheit, die mit jedem Schluck zurück in seinen Kopf schoss, mit jedem verdammten Schluck. Nachdem er den Becher geleert hatte, füllte er ihn erneut. Das tat er, bis die Konserve leer und sein Kopf wieder halbwegs klar war. Anschließend spülte er den Becher gründlich aus, warf die Konserve in ein Behältnis, das Granger Exter für diesen angeschleppt hatte und suchte seinen vollkommen aufgebrachten Körper wieder etwas herunterkommen zu lassen, wartete, bis seine Lenden nicht mehr pochten und sein hartes Fleisch wieder klein und weich wurde. Er würde sich ganz sicher nicht die Blöße geben und dem Drang nachgeben, sich zu erleichtern, nicht nachdem er dem Tier in sich bereits so viel Raum zugestanden hatte. Als er sich wieder beruhigt hatte und in der Verfassung war, den Raum zu verlassen, ging er ins Bad und machte sich frisch, wusch sich die Hände und das Gesicht, rutzte sich die Zähne und spülte sich gründlich den Mund aus. Sehr gründlich, obwohl der metallische Geschmack alles andere als störte. Doch er wollte nicht über das Trinken hinaus daran erinnert werden, was sein Begriff war, zu werden. Zudem wollte er ihnen den Anblick blutverschmierte Lippen wenigstens ersparen. Zu guter Letzt betrachtete er sich ein letztes Mal prüfend im Spiegel. Nicht, dass ihm gefiel, was er zur Zeit sah. Sein Haar war dünn und glanzlos geworden, ebenso seine Haut, die etwas sehr Aschfahles angenommen hatte. Und dann waren da noch die Augenringe und die eingefallenen Wangen, die ihm laut Van Bessos vorzüglich standen. Draco wich zurück und begutachtete sich erneut, sah an sich und an sein nahezu groteskes, eingefallenen Körper hinab. Er hatte Gewicht verloren, viel Gewicht, viel zu viel. Das meiste davon in den vergangenen Tagen, da er sich jedoch ganz zu Grangers Leidwesen weigerte, auf die Waage zu stellen, wusste er nicht mehr, wie viel es wirklich war. Sein letzter Stand waren jedoch zwölf Kilogramm gewesen. Ein erneutes Seulzen entwischte ihn, während er sich fragte, wie Grangers überhaupt noch ertrug ihn anzusehen, geschweige denn, ihm so nahe zu sein, wie sie es in letzter Zeit sehr häufig war. Vielleicht lag es bereits jetzt an dem Tier, das neben ihm schlummerte. Vielleicht verhinderte es, dass sie ihn so sah, wie er wirklich war. Vielleicht benebelt es aber auch einfach nur ihre Sinne. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht waren es doch ganz andere, jämmerliche und erbärmliche Gründe, über die er sich gerade nicht den Kopf zerbrechen wollte. Denn er wusste, dass das hätte niemals so weit kommen lassen sollen. Doch es war zu spät. Er wandte sich ab und verdrängte alle Gedanken aus seinem Kopf, ignorierte Van Bessos, der mit gerunzelter Stirn vor dem Bart auf ihn warten schien und machte sich stattdessen auf den Weg in die Küche. Er hatte es aufgegeben, mit ihm zu sprechen. Ein paar fiese Sätze, die er ihm inzwischen entgegenwarf, außen vorgelassen. Wahrscheinlich war auch dem anderen mittlerweile bewusst geworden, dass es zu spät war, um diese Sache zu beenden. Quentia war nicht dumm, würde sie nur mit aller Kraft von sich stoßen, um sie vor sich selbst zu schützen, würde sie ihn sehr wahrscheinlich durchschauen. Es würde sie ganz sicher wütend machen, würde aber letzten Endes nichts verhindern, dass sie dennoch litt. In dieser Variante wahrscheinlich sogar mehr als in der aktuellen. Denn es würde nichts, absolut nichts, an der Gesamtsituation ändern, würde sie sich vor ein paar bösen Worten oder Taten zurückstecken lassen, wäre sie niemals diese lächerliche Situation geraten, mit dem Scheiß Herzen zu ihren Füßen vollkommen vom Sinn. Er wollte sich fragen, wie es hatte so weit kommen können, doch er tat es nicht. Er hatte es getan und es hatte ihm nur Kopfschmerzen bereitet. In der Küche angekommen, traf er auf beide Wiesels, das weibliche und das jüngste männliche. Sie stockten, in was auch immer sie taten, als sie ihn kommen sahen. So wie sie es seit ein paar Tagen ständig taten, wenn sie ihn kommen sahen. Es fühlte sich fast so an, als hätte er diese letzten Monate nicht gegeben, als hätte er sich niemals etwas ihres Vertrauens verdient und hätte sie nicht doch halbwegs in dieses Chaos eingefügt. Draco nahm sich etwas heißes Wasser, das sich in einem der Kessel auf dem Herd befand und goss sich eine Tasse Tee auf. Eines der wenigen Dinge, die er momentan dem Blut noch in sich behielt. Sein Magen war auf absolutem Kriegsfuß, was sicherlich ebenfalls alles andere als Gutes verhieß. Mit der dampfenden Tasse in der Hand ließ er sich zu den beiden Wieseligs an den Tisch fallen und zog den zerknüllten Tagespropheten an sich heran, der zwischen den beiden gelegen hatte. Einen Moment schwiegen sie alle. Er konnte jedoch ihre Blicke auf sich spüren, während er die Seiten studierte. Natürlich fand sich nichts Interessantes oder etwas, das von Belangen wäre auf diesen nutzlosen Seiten. Es gab Tote. Natürlich gab es die. Die gab es immer. Diese hatte man aber dieses Mal ausschließlich Voldemort und seinen Leuten zu verdanken und erkannte keinen einzigen von ihnen, was dann wieder einmal in seinem Verdacht bestätigte, dass Voldemort viele seiner Pläne verändert hatte. Sei es, weil er wusste, dass Draco übergelaufen war oder sei es, weil sich die Dinge in den vergangenen Monaten drastisch geändert hatten. Draco seufzte, als ihm noch einmal schmerzlich bewusst wurde, wie nutzlos das Pergament, das er verzweifelt versuchte zu füllen, letztendlich wahrscheinlich wirklich war. Und während er verseufzte und sich dem bewusst wurde, begann sein Magen leise zu knurren, so als wollte er ihn verspotten, denn er wusste und spürte, dass er dennoch nichts in sich behalten würde. Er hatte es versucht, immer und immer wieder und er war immer und immer wieder gescheitert. »Hast du Hunger?« fragte Jinnia bei ihm. »Ja, aber ich behalte nichts in mir,« antwortete er. Sie sah ihn besorgt an, ebenso wie ihr Bruder, der dicht neben ihr saß und sie schweigend beobachtete. Es war nach wie vor merkwürdig, dass er hier mit den Weasleys saß und sich offensichtlich und ehrlich um sie sorgte. Doch es gab Momente, in denen es ihnen mal mehr und mal weniger surreal vorkam. Das hier war einer der Momente, in denen es ihm sehr unwirklich vorkam und es brachte in einem Augenblick heiser zum Lachen, was die beiden sichtlich irritierte. Doch sie ignorierten es, schweigen und sah ihn an, während er von einem vorsichtigen Schluck Tee nahm. »Soll ich dir eine Suppe machen?« fragte Weasley stattdessen. Draco schüttelte den Kopf, obwohl sein Magen erwartungsvoll knurrte. »Ich werde es nur wieder...« Er stockte. »Auskotzen.« »Und das ist extrem ekelhaft, weil ich gerade...« wieder stockte er und fügte ganz leise hinzu. »Würzeln mir, nene.« Zudem, er ist eine Verschwendung. »Das wäre es tatsächlich. Wenn er sich übergeben musste, bekam er augenblicklich wieder Durst. Nicht, dass dieser ihn ekelte. Stärker denn je, und das eigentlich ständig. Doch wenn er trank, wurde es wenigstens für ein paar Stunden erträglich. Jedoch schien die Spanne sich zu verkürzen. Er trank jetzt das Dreifache von dem, was er noch vor ein paar Tagen zu sich genommen hatte. Und das war auch schon nicht unbedingt wenig gewesen, im Vergleich zu Beginn, wo er noch nicht einmal eine Konserve am Tag benötigt hatte. Das Rauschen in seinem Kopf wurde wieder etwas lauter. Das Tier in ihm schien sich zu winden. Und Draco nahm einen Schluck Tee, versuchte, den Durst zu ignorieren, der ihn überkam. Schon wieder. Erneut früher, als es beim letzten Mal getan hatte. »Das ist absolut lächerlich, meine«, sagte Daryl, während sie ein paar Dinge aus den Schränken und der Kühlung in eine große Tasche packte. Sie seufzte leise, ignorierte ihn jedoch, so wie sie es bereits in den vergangenen Tagen recht häufig getan hatte. Sie wusste, was er zu sagen hatte. Und auch wenn er recht haben mochte, wollte und konnte sie sich keine Gefasel gerade nicht anhören. Dazu hatte sie später immer noch genug Zeit. Etwa, wenn er nicht mehr erwachte. Oder wenn er als was auch immer erwachte. Darüber wollte sie sich jedoch keine Gedanken machen. Nicht hier und jetzt. Nicht in den letzten Tagen oder Stunden, die sie noch gemeinsam hatte. Meine zog das oberste Fach des Kühlschrankes auf, holte ein paar Kühlakkus aus diesem, um sie auf den Boden und an der Seite der magisch behandelten Tasche zu verteilen. Wie kam es, dass ihr erst jetzt bewusst wurde, wie wertvoll seine Zeit gewesen war? Warum erst jetzt? Wohren diese spürbar durch die Finger glitt wie trockener Sand? Warum nicht bereits zwei Wochen zuvor? Warum nicht bereits vor sechs Monaten? Etwas in ihr lachte bei diesem absurden Gedankengang beinahe hysterisch auf, weil die Welt vor sechs Monaten noch vollkommen anders ausgesehen hatte, natürlich. Meine, sieh mich an, sagte Derry und war etwas unerwartet viel zu nah an sie herangetreten. Nein, sagte sie, während sie ein paar der Proben aus dem Kühlschrank nahm und um die Tasche zwischen den Akkus verteilte. Mit jeder einzelnen ging sie um, als wäre diese kostbar und explosiv zugleich. Sie würde sie Bukata bringen, damit diese sie erforschen und nutzen konnte, denn es war vorbei. Sie brauchte sie nicht mehr. Und ja, die meisten Proben jedenfalls. Sie blickte auf den kleinen Becher, den Bukata nicht bekommen würde, stellte diesen behutsam zwischen ein paar Blutproben ab und sorgte dafür, dass dieser nicht kippen konnte. Dabei spürte sie Derrys skeptischen und wahrscheinlich auch fassungslos amüsierten Blick in ihrem Rücken. Ist das, was ich denke, was es ist? fragte er schneidend. Ich wüsste nicht, was dich das angeht, gab sie zurück und verschloss die Tasche. Derry entwischte ein gehässiges Lachen. Willst du das für dich oder für deine Familie? Hat er dir das freiwillig gegeben oder musstest du es ihm heimlich abzapfen? Began er und holte tief Luft, während sie die Tasche schulterte und den Raum verließ, ohne ihn noch einmal anzusehen. Das ist so jämmerlich, meine ihr, rief er hinterher. Ihr seid jämmerlich. Sie verlangsamte ihre Schritte, legte die Hand fester um die Tasche, die über der Schulter hing. Sie sah ihn an, wortlos, spürte, wie die Wut in ihr sich drehte und wendete und spürte, wie er zeitgleich das Wasser in die Augen strieg und ihre Schläfen prochen ließ. Er blickte sie an, selbstgefällig grinsend. Nicht, dass es dich etwas angehen würde, aber er hat es mir gegeben, flüsterte sie. Widerwillig, aber freiwillig, nicht für mich und auch nicht für seine. Sie stockte, sie wusste es ganz wahrlich selbst nicht. Sie hatte es ihm vorgeschlagen und er hatte sie schallend ausgelacht, so schallend, wie gerade Derry zu lachen begann, als er sich versuchte zu erklären. Es war einfach nur ein Plan B gewesen, für was auch immer. Sie wusste es nicht, sie dachte jedoch, es würde nicht schaden. Vielleicht wollte in seinem nächsten Leben auf diese Möglichkeit zurückgreifen. Vielleicht würde diese Probe auch ungenutzt verkommen. Eine stand jedoch fest. Sie war nicht für sie. Seine Linie ist ausgestorben und das da wird nichts daran ändern, sagte Darius und trat einen Schritt auf sie zu, was sie zurückweichen ließ. So funktioniert das in unserer Welt nämlich nicht. Solange er nicht mit einer schönen Reimlüterin verheiratet ist und das Kind auf normalen Wegen entsteht, ist es kein Mäfoi. So einfach ist das, so verzweifelt seine jämmerliche Sippe gerade auch sein mag. Und es wusste sie, das spielt aber auch keine Rolle. Er sah sie an. Du willst es für dich, sagte er dann leiser. Nein, sagte sie. Es ist ein Plan B, nicht mehr und auch nicht weniger. Wieder lachte er. Wofür? Für den unwahrscheinlichen Fall, dass er das hier versteht oder doch für den noch unwahrscheinlichen Fall, dass er sich erinnert. Er kam einen weiteren Schritt auf sie zu. Oder doch für den absolut utopischen Fall, dass ihr euch erneut verliebt und eine glückliche kleine Familie gründen wollt. Sie atmete tief ein und aus und wich zurück. Er klang gerade beinahe wie Malfoy. Er hatte ebenso gespottet, nahezu unerwarteter Weise war er jedoch weniger verletzend gewesen. Ranger, das ist lächerlich, hörte sie ihn sagen, als sie es ihm vorgeschlagen hatte. Hätte ich es als wichtig empfunden, ein Kind zu zeigen, was mit mir zu Ende geht, dann hätte ich es getan. Doch sie hatte nicht nachgegeben, hatte versucht, ihn zu überzeugen, dass der geringe Aufwand aber einen eventuellen Nutzen wert wäre. Sie hatten lange diskutiert. Letztendlich hatte er nachgegeben, äußerst widerwillig. Und sie wusste nicht, ob er es getan hatte, weil er seine Ruhe haben wollte oder ob er es doch für sie tat. So, wie er zugestimmt hatte, mit ihr von hier zu verschwinden, sei es auch nur für ein paar klägliche Stunden. Ist das Zeug überhaupt noch zu gebrauchen? fragte Derry wie amüsiert und begann erneut schallend zu lachen. Oder hast du es ihm bereits vor Monaten abgenommen? Meini zog die Lippen schmal, holte Tiefluft, um etwas zu erwidern. Doch er wollte kein Wort über die Lippen kommen. Sie wusste nicht einmal mehr, wie sie es hatte soweit kommen können. Zwischen ihr und Darius versteht sich. Er hatte versprochen, er würde versuchen zu verstehen. Natürlich hatte er dieses Versprechen nicht gehalten, doch er hatte sich zurückgehalten, jedenfalls bis zu dem Punkt, ab dem das Ende offensichtlich nahte und sie nichts Willen gewesen war, loszulassen. Was ist hier los? hörte sie Harry fragen, der hinterher scheinbar aus Janies Zimmer kam und auf den Flur trat. Warte mal, was ihr damit sich herumträgt, sagte Darius gehässig grinsen und deutete auf die Tasche, die sie instinktiv näher an sich zog. Mähvoll, Jungs! Harry runzelte neben ihr einen Moment irritiert die Stirn. Dann schien er allerdings zu verstehen. Sah sie zwar einen Moment irritiert an, entschied sich aber offensichtlich dazu, nicht näher darauf einzugehen. Er zuckte mit den Schultern und fragte dann an Darius gewandt. Was wird das hier? Endlich schien Darius sich wieder zu fassen. Er sollte schon längst im Keller sein, Harry, brachte es auf den Punkt. Natürlich nicht zum ersten Mal in den vergangenen Tagen. Sie schlafen in einem Bett verdammt zu sterben. Jede verdammte Nacht und er könnte jederzeit neben ihr als eines dieser Dinger erwachen und sie in Stücke reißen. Gerard sagte, das wird so nicht passieren, entgegnete sie fest. Er wird schlafen, wahrscheinlich einige Tage. Wenn er die Wandlung übersteht und wenn der Lamm ja nicht gelungen hat, sagte Darius eindringlich. Doch was, wenn das der Fall ist, was in ihm direkt nach dem Einschlafen da oben alle Lichter ausgehen, was wenn er nicht tagelang schläft und ihr stattdessen sofort an die Kehle geht. Sie verdrängte diesen Gedanken oder auch die Angst, die sie zugegeben plagte und in letzter Zeit nur sehr undurchschlafen ließ. Sie kannte das Risiko und sie ging es ein. Das wusste nicht nur sie, das wussten sie alle. Darius war nicht der Einzige hier, der Zweifel geäußert hatte, auch wenn die anderen etwas feinfühliger getan hatten. Mal mehr und mal weniger verstand sich, doch sie hatten ihnen alle gesagt, dass sie wussten, was sie tat und riskierte. Ihm würde sie es jedoch nicht sagen, weil er es nicht brachte, weil es ihnen nur noch mehr in Rage bringen würde, also schüttelte sie nur den Kopf und flüsterte, das wird so nicht passieren. Sie sagte es weniger, um ihn zu überzeugen, als zu sich selbst und das wusste er, wie sie es wusste, was sie natürlich erneut ungläubig zum Lachen brachte, jedoch auf heisere Art und Weise. Ach ja, stimmt ja, weil du ihm vertraust. Manny lachte bitter. Ja, das tue ich, antwortete sie. Ich vertraue ihm sogar so sehr, dass ich mit ihm fortgehen werde. Darius und auch Harry sie mir entgleisten. Fortgehen? fragte der Junge, der ihr lebte, sie entgeistert. Sie nickte. Wir werden verschwinden, für eine Nacht, nur er und ich, sagte sie trotzig, an Darius gewandt. Das ist Selbstmord, warf dieser augenblicklich zurück und trat einen Schritt auf sie zu. Harry atmete hörbar schneidend ein. Das ist wirklich keine gute Idee, sagte er, hielt Darius aber zurück, indem er ihm eine Hand auf die Brust legte. Hindert mich daran, sagte sie fest und setzte sich in Bewegung. Sie stieg, die Tasche fest an sich gepresst, die Stufen hinab und ignorierte ihre Schritte, die ihr offensichtlich folgten. Ebenso ignorierte sie ihre Rufe, während sie durch den Kamin stieg und verschwand. Die beiden Weasleys und er saßen immer noch in der Küche, als Van Bessos und Potter zu ihnen in den kleinen Raum gestürmt kamen. Natürlich ahnte Draco, was nun kommen würde, zum einen, weil es nicht das erste Mal in den vergangenen Tagen war, dass Van Bessos auf ihn losging, zum anderen aber auch, weil er Fetzen von dem aufgefangen hatte, was gerade oben vor sich gegangen war, teilweise jedenfalls. Sein Gehör mochte gut sein, doch seine Sinne waren einfach zu benebelt und das Tier in ihm interessierte es nicht, was sie sagten oder nicht sagten. Es wollte einfach nur zehren. Es wollte so sehr, dass es ihm teilweise so benebelte, dass er an nichts anderes denken konnte, als an den Durst. Nicht auf die Art, die ihn befürchten ließ, sich jeden Moment auf einen von ihnen zu stürzen. So viel Beherrschung war ihm geblieben, aber auf die Art, in der er am liebsten den ganzen Tag vor dem Kühlgerät sitzen und seine Konserve nach der anderen leeren wollte. Das wollte er dem Tier jedoch nicht geben, nicht eingestehen oder auch sich selbst nicht. Und es ist, sagte er, als dieser nur einige Meter vor ihm zum Stehen kam, Potter mit großen Augen im Schlepptaum. Hast du sie wirklich so sehr, dass du willentlich kaufen und sie zertöten? Spiel der Fette und zwar so laut und heftig, dass er Drake unter Beins Gesicht spuckt an. Dieser wischte sich angewidert durch das eingefallene Gesicht, spart es sich jedoch etwas zu erwidern. Genügt es dir nicht, ihr das Herz in tausend kleine Teile zu zerreißen? Der hier, flüsterte Ginia aber leise und besänftigend. Sie machen einen kleinen Kutzt, Ginia, nur er und sie, sagte er atemlos und lachte, jedoch eher ungläubig als amüsiert. Draco spürte, wie sie es ansahen, alle. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee, begann das weibliche Wiesel. Das ist mir bewusst. Aber zwischen zurück, sie will es aber so und ich denke, ich bin es ihr irgendwie. Er stockte und rieb sich durch das Gesicht, das hier war entsetzlich ermüdend. Schuldig, lachte Van Bessos in einer gut klingenden Mischung aus hysterisch und gehästig. Das hier ist kein kleiner, harmloser Gefallen mehr, weil das hier ist kein dummer Streich mehr und auch keines deiner Spiele. Ich spiele nicht, Van Bessos. Kappa zurück und richtete sich langsam auf. Der Fettsack drückte den Rücken durch, offensichtlich, um seine Größe zum Ausdruck zu bringen. Er war etwa einen halben Kopf größer als er. Da wirst sie töten, Mäfoi, sagte er dann. Ich könnte sie töten, Kappa zurück. Das ist mir bewusst, aber begann er und eigentlich wollte er hinzufügen, dass er das alles ebenso skeptisch betrachtete wie sie und dass er neben Granger auf dem Boden schlafen würde, wenn sie es zulassen würde oder für den Rest seines Lebens im Keller und dass er deshalb ebenfalls nur noch sehr unruhig schlief oder eben mit Hilfe des Schlaftrankes, wenn er Nacht für Nacht nahm, in der Hoffnung, dass er auch bei einem Vitya seine Wirkung zeigen würde, wenigstens so lange und so gut, dass sie im Fall des Falles die Zeit blieb, um aus dem Bett zu springen und ihren Zauberstab zu fassen zu bekommen. Doch sie war absolut uneinsichtig und stur, auf die Art, die ihn ernsthaft wütend machte, hatte gedroht, mit ihm im Keller zu schlafen, solange er noch bei Verstand war. Er wusste jedoch, dass sie es sehr wahrscheinlich auch tun würde, wenn es nicht mehr war. Also hatte er nachgegeben. Vielleicht, weil es so einfacher war. Vielleicht sogar aus Gleichgültigkeit. Er war sich nicht ganz sicher. Es war schwer, dieses mehr an Emotionen zu deuten, das sich neuerdings immer mal wieder in ihm breitmachte. Vielleicht aber auch, weil er seiner letzten Stunden oder Tage nicht mit Streitereien verschwenden. Natürlich wollte er sie weder töten noch verletzen. Allerdings war sie kein kleines Kind mehr. Er konnte und würde ihr nicht immer wieder sagen, was sie zu tun und zu lassen hatte oder was das Beste für sie war. Doch natürlich ließ Van Bessus sie nicht ausreden, nicht einmal ansatzweise und nicht, dass es ihm neu wäre. Trotzdem überraschte es ihn auf vollkommen falschem Fuß, als er wie ein irrer Brüllen verschoss und ihm seine harten Schädel mitten in zwei schlug. Van Bessus grunzte und Draco schrie leise auf, während die beiden zurücktaumelten und um sie herum ein Moment Chaos ausbrach. Gineva war augenblicklich neben ihm, während Wiesel und Potter den Irren zurückhielten. Verdammt, Van Bessus, fluchte Draco leise, während er sich benommen in das schmerzende Gesicht fasste. Vor allem seine rechte Braue schmerzte höllisch. Kein Wunder, war es gegen sie, der Fette seine Stirn getrieben hatte. Blut benetzte seine Finger, als er sie aus seinem Gesicht zurückzog. Van Bessus lachte, schien aber ebenso benommen zu sein wie er. Er schüttelte Potter und Wiesel ab und ließ sich auf einen der leeren Stühle am Tisch fallen. Anschließend fasste er sich an die offensichtlich schmerzende Stirn. Der Dampene Fall, zischte er dann leise, und er lag fast schon etwas Anerkennendes in seiner Stimme. So als wolle er sagen, dass sein verdammter Kopf härter war, als er aussah, und der Gedanke daran ließ erst Draco dann Van Bessus heise lachen. Was für eine Farce, dachte er sich, während er sich langsam wieder aufrichtete und tief Luft holte. Natürlich hatte Van Bessus recht, und natürlich verstand er ihn. Das versuchte er ihm zu sagen, mit einem Blick und nicht mit Worten. Und einen Moment schien Van Bessus zu verstehen, denn er schluckte und wandte den Blick ab. Blut lief ihm ins Auge, was Draco erneut leise fluchen ließ. Er senkte den Blick und betastete sich erneut das Gesicht. Da war Blut, mehr als zuvor. Er schluckte hart. Das Tier in ihm schien zu erwachen, ließ es stärker hinter seinen Schläfen rauschen, als er machte sich auf den Weg nach oben zu diesem elenden Kühlgerät, das sein Elixier des Lebens enthielt. Es schließt sich nicht, stellte Weasley fest, als sie ihn betrachteten. Draco hielt kurz inne und runzelte die Stirn. Das sollte es. Eigentlich. Er wusste nicht, ob das nun ein gutes oder schlechtes Zeichen war. Weder trieb das Tier in ihm in einen Rausch durch den Kopf und das sich verstärkte, als er Geneva ansah und schließlich ihr Duft zu ihm durchdrang, süß und verlockend. Also setzte er sich in Bewegung, ohne zu antworten. Erst in der Krankenstation angekommen, hielt er inne, stützte sich farig auf die Kühltruhe, die ihn wieder einmal zu verspotten schien. Gegen das Rauschen und Ankämpfen füllte er sich den Inhalt einer Konserve in dem Becher. Der hatte diesen nahen zu in nur einem Zug. Dann füllte er ihn erneut, versuchte Wiesel und Weasley den Rücken zuzukehren, die so leise wie möglich zu ihm in den Raum kamen. Sein verdammtes Blut lief ihm immer noch über das Gesicht und tropfte von seinem Kinn auf den Boden. Verdammt, fluchte er und stellte den Becher ab und der Boden schwankte leicht unter seinen Füßen. Er taumelte zurück und ließ sich gegen die Trager fallen. Geneva trat vor, öffnete eine Schublade und schien ein paar Utensilien hervorzuholen, mit denen sie wenige Sekunden später seine Wunde zu reinigen begann. Sie tupfte und wischte vorsichtig, still vor sich hin. Er ist über sein Gesicht, dann widmete sie sich voll und ganz seiner schmerzenden Braue. »Wie sieht es aus?« fragte er leise und stellte erleichtert fest, dass sie ihre Gegenwart wieder halbwegs ertrug. Sie schien zu zögern. »Er schließt sich nicht«, sagte sie erneut, regte das Tuch beiseite und holte eines dieser merkwürdigen Muggelpflaster hervor, bei denen sie es bevorzugt, Wunden zu verschließen. »Klammern«, wie sie es nannten. Zauber zeigt bei ihm immer auch sehr begrenzt Wirkung. Jedoch hatten sie seit Wochen keine seiner Wunden mehr auf diese Art und Weise verschließen und versorgen müssen. Sein Körper hatte sich sehr gut selbst geholfen. Draco nickte schwach, war sich nicht wirklich bewusst, was er bestätigen wollte, aber da er das Gefühl hatte, dass er etwas tun müsste, wenn er schon nichts sagte, tat er das. »Ich fürchte, das gibt eventuell eine Narbe«, früsterte Weasley, als sie ihr Werk betrachtete. »Aber es sieht gut aus, richtig schön verwegen«, sagte sie und versuchte ihm offensichtlich ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und Draco wollte etwas erwidern, etwas spöttischisch oder auch scharfsinniges, vielleicht auch etwas absolut Belangloses. Dazu sollte es aber nicht kommen, denn er spürte, wie sich sein Herzschlag in seiner Brust von einer Sekunde zur anderen verlangsamte. Er begann unter dem Schauer, der durch seinen Körper fuhr, leicht zu zittern, während es im Raum entsetzlich kalt zu werden schien. Und es begann erneut hinter seinen Schläfen zu rauschen, jedoch auf eine angenehme und beinahe einladende Art und Weise, so als wollte sie ihn beruhigen, ihm sagen, dass er loslassen sollte. Draco atmete langsam und tief ein und aus, starrte Gineva in das Gesicht, das ebenso plötzlich besorgt wurde, wie sein Herz gerade eben begonnen hatte, langsamer zu schlagen. Und es tat es noch. Mit jedem Schlag trommelte es etwas langsamer gegen seine Brust, die sich zunehmend zu verengen schien. Seine Atmung wurde flacher. Er hatte das Gefühl, dass sich seine Lunge nicht mehr gänzlich füllte, also atmete er durch gespitzte Lippen langsam aus, um seine Lunge zu leeren. Gineva redete auf ihn ein, offensichtlich erst beruhigend, dann zunehmend hektischer, während er langsam und unaufhaltsam in sich ging. Er konnte nicht dagegen ankämpfen, konnte sich auf nichts anderes konzentrieren, als auf seinen Herzschlag. Das Rauschen in seinen Ohren, was dazu führte, dass er nicht verstand, was sie sagte. Nicht einmal der Gedanke an Granger wollte wirklich zu ihm durchdringen. Er sah sie jedoch immer wieder vor sich, während in seinem Kopf die Müdigkeit die Überhand gewann und der Nebel sich verdichtete. Granger, die das ja wenigstens nicht mit ansehen musste. Granger, die sich jedoch ganz sicher bis zum Ende jedes hoffentlich langen Lebens Vorwürfe machen würde. Granger, die er niemals wieder sehen würde. Und dann wurde er schwarz. Die Lichter gingen aus.